Was geht ab? Was geht ab? Peace Leute, was geht ab? Auf jeden Fall, heute drehen wir ein geiles Video für euch mit einem guten Kumpel Auf jeden Fall, schaut das Video bis Ende an und viel Spaß damit, Peace So, yo Leute, wir machen auf jeden Fall wenn du Eier hast, in Passau City Special Agent, Frank Wer verliert, muss Platz erscheinen Alle Haare ab Wer fängt an? Mach mal Schick, Schack, Schluck, Digga Schick, Schack, Schluck Dreimal, okay? Ja, geht dreimal Schick, Schack, Schluck 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 Okay, ich hab jetzt gewonnen, 3-1-5 Okay Ich kippe den Film mal hier hin Wir sehen jetzt hier den Eingang von der Treppe wo man in die Treppe eintreten kann bei dem Eingang Rolltreppe Da rollst du perfekt Und Alizio wird dich jetzt noch total einstellen als ob da was wäre Aber was wäre und so, okay? Als ob da was wäre und dann sagt er noch so kein Durchgang für sie heute Ich muss warten bis jemand kommt Ich weiß nicht, wo du nicht schneidest Ja, die nicht, auf jeden Fall die ist nicht mein Fitness Ey, der schaut so böse aus, ey Ey, der schaut so böse aus, ey Der Mann So, aufwarten Heute leider Durchgang Es ist geschlossen Sie müssen die Rollstuhl nehmen Es ist leider Durchgang Ich muss den Rollstuhl dahinten nehmen Ey, lass mich nicht weg, Alter Es ist defekt, Digga Auf jeden Fall Auf jeden Fall, der Mann hat so richtig böse ausgeschaut Ich hab auch für... Bigger Respekt, Bruder Sehr gut gemacht Es ist zu deiner Aufgabe Ich überleg's mir Hey, Adrian Auf jeden Fall Du gehst zu diesem Junge da hinten Der gerade mit Kofferraja spricht Also mit Telefon Auf jeden Fall Du gehst dahin, sagst ja Aber ich stresse viel Und ich sprit's ihm einfach an Und... Ja, du weißt schon was du machen musst, okay? So ein Dichser, oder? Ja, okay Tag, Tag Tag, Tag Komm Servus Was machst du hier? Nix, warum? Willst du Stress? Über was? Weil du hier stehst Nein Vor Geschäft Was machst du? Ist das dein Geschäft? Nein Ja? Hast du ein Problem? Nein, Bruder Spaß, Bruder Ich habe keinen Spaß, Bruder Warum? Bruder, musst du immer Spaß haben Ja Okay, Leute Das ist ein bisschen ausgeartet Er hat es ein bisschen böse genommen Hahaha Und Alessio Jetzt ist seine Aufgabe dran Das ist gut, du machst du dich Ich werde Frauen Und sag Und sag Ob sie Wie Ob sie ein bisschen Spaß haben will Frage Wie willst du ein bisschen Spaß haben? Du gehst einfach hin und sag Wie willst du ein bisschen Spaß haben, Bruder? Nur ein normaler Satz Komm, Bruder Schaffst du Hassaya? Ja, Mann Auf jeden Fall Ja Auf jeden Fall Geh ein bisschen mit Geh mit Geh mit Geh mit Geh mit Geh mit Hallo 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 Wie gehts? Wollen Sie ein bisschen Spaß haben? Was hat sie gesagt? Ich kenn dich nicht. Was? Ich kenn dich nicht. Der Typ, habt ihr gesehen? Der Typ bei mir geht so in Stress. Jetzt gehst du wieder dran. Warte, machen wir nochmal den 5 Euro. Du gehst zu diesem Mann. Du nimmst deine Mütze und sagst, ich hab eine Mütze. Okay, warte. Auf geht's. Und läufst weg, ja? Entschuldigung, Sie haben da eine schöne Mütze. Ja. Wo haben Sie die her? Sind das von Berga? Nein, aus Bergen in Norwegen. Ach so. Das ist eine schöne Mütze, wie wir auch immer haben. Ja, dann die von. Gibt es das beim Souvenir-Geschaut? Was? Souvenir-Laden. Nein. Ist aus dem Urlaub. Ach so. Schöne Feiertage noch. Ja, genau. Hast du den 3 Weibern hin? Oder Alicia, machst du das? Oder wie gehen die jetzt hier hin? Na klar. Befarschen wie die ist, oder wie? Befarschen wir sie ein bisschen, oder? Ich hab kurz, nur eine ganz kurze Frage. Weil ihr seid 3 hübsche Mädels und wir 2 hübsche Jungs. Wird da was gehen? Nein. Nein. Wie seid ihr überhaupt? Ja, 16. Wie alt bist du? Ach so. Okay, du darfst jetzt nicht weitergehen. Nein, ich weiß nicht. Was macht ihr heute Abend? Saufen. Saufen. Wisst ihr schon, dass Alkohol, dass täglich 12 Menschen an Alkohol sterben? Ja, ich bin nirgends. Ich traurig. Ha! Gar nicht! Gar nicht! Ha! Ha! Okay Leute, das war ich wieder eine sehr gute Aufgabe. Du gehst dieses Ding mit dem Kopf voran. Und nimmst den Kopf voran weg. Na Bruder. Und sagst, ich will Musik und was du willst. Mach. Komm heute. Und dann tanzt du ein bisschen, ja? Tanzt du dann. Guck mal auf geht's. Tanzt du mit deiner Musik, ja? Vier. Ach so, wir verliessen uns nicht was machen. Fahrrad. Bruder. Wie siehst du den Schneehau? Das ist doch so schneeweiß wie Kokain, deswegen denke ich, zieh mal deine Hose aus, geh mit Unterhose da drauf und schrei ganz laut, ich liebe Kokain, wo ist mein Kokain? Nein, Digga, das ist richtig schön. Mach, 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 ganz kurz, ganz kurz alles. Erstens ist mein Rotor, zweitens ist es kalt, dann gucken wir, wie viele Leute da unterwegs sind. Schwanz, zwei Leute. Auf jeden Fall, nein Digga, ich mach das nicht. Ja, dann glatze, Bruder. Glatze, mit Video, mit Video. Mit Video, schaut mal seine Haare an Leute, schaut seine Haare an. Jo, ist richtig heftig, langer. Die werden weg und ich darf sie das schneien, du Wichser. Ja, Mann. Was für Wichser? Komm, ja kein Problem. Ja, voll, Bruder. Aber das kommt in extra Video, ok? Gewinner ist Adrian, wie immer. Und abonniert meinen Kanal und wenn es euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Peace, haut rein. Okay. Aber jetzt löse ich dir noch ein Gewicht an der Aufgabe. Ja. Das wäre kack. Warte, nochmal. Okay.